Ich habe heute Post bekommen vom Amtsgericht in Dortmund. Am 25.11. hatte ich meinen Antrag auf Personenstands und Vornamtsänderung abgeschickt. Wir haben heute den 9.12. und hat zwei Wochen gedauert, bis ich Bescheid gekriegt habe. Die Prozesskostenhilfe habe ich bewilligt gekriegt und meine beiden Gutachter, die ich vorgeschlagen habe, die wurden auch berücksichtigt. Was habe ich hingeschickt? Vieles. Ich glaube, ich habe einiges mehr hingeschickt, als ich hinschicken musste oder was man hinschicken sollte auf jeden Fall. Fangen wir an mit der Geburtsurkunde. Die habe ich hingeschickt. Die habe ich mir beim Standesamt geholt, da an dem Ort, wo ich geboren wurde. Hat 10 Euro gekostet. Dann habe ich mir eine erweiterte Meldebescheinigung geholt. Ist im Endeffekt das gleiche wie die normale Meldebescheinigung. Nur der Name wurde geändert, also ist eigentlich das gleiche. Die hat, meine ich, 7, 8 Euro gekostet. Dann habe ich, was habe ich noch hingeschickt? Eine Kopie von meinem Personalausweis, Vorder- und Rückseite. Zusätzlich habe ich meinen DGTI-Ausweis mit hingeschickt. Dann habe ich, was habe ich noch hingeschickt? Den Antrag auf Prozesskostenhilfe habe ich dann hingeschickt. Mit den Abrechnungen, die man jeden Monat kriegt. Diese Lohnabrechnung oder wie das heißt, wo halt drauf steht, was man brutto netto verdient jeden Monat. Dann, ja, von den letzten drei Monaten, die habe ich hingeschickt. Dann habe ich hingeschickt, ähm, was habe ich denn noch hingeschickt? Ähm, Lebenslauf habe ich hingeschickt. Einen tabularischen, tabularischen Lebenslauf. Also so einen, wie wenn man sich, äh, bewirbt, zum Beispiel, für eine Ausbildung oder für einen Job oder sowas. Ähm, mit aktuellem Lichtbild. Dann habe ich hingeschickt, ähm, den Translebenslauf. Der muss auch mit drin sein, wo halt drin steht, ja, keine Ahnung, wie man sein bisheriges Leben gelebt hat, wie man sich gefühlt hat, irgendwie sowas. Kann man da reinschreiben. Also da kann man nichts richtiges und nichts falsches reinschreiben. Halt einfach das, was einem so auf dem Herzen liegt. Einfach hinschreiben und sollte jetzt nicht irgendwie mega der Roman sein. Also ich habe auch eine Seite, etwas über eine halbe Seite habe ich geschrieben. Ich glaube, fünf, sechs Sätze habe ich nur geschrieben. Ähm, was habe ich noch geschrieben? Ähm, den Antrag halt auf, ähm, Vornamts- und Personenstandsänderung. Den Vordruck habe ich genommen aus dem Internet. Ich glaube, trans-eltern.de oder so. Ähm, findet man auf jeden Fall im Internet so einen Vordruck. Ähm, wo halt drin steht, dass man, ähm, laut transsexuellen Gesetz sowieso, ähm, den neuen Namen so und so, ähm, beantragen möchte und, ähm, den Personenstand von Frau zu Mann ändern lassen möchte. Dass man, ähm, den und den Gutachter, ähm, sich wünscht. Also ich habe jetzt als Erstgutachter Dr. Chukai und als Zweitgutachter Dr. Senf. Und die wurden halt beide berücksichtigt. Ähm, was habe ich sonst noch hingeschickt? Das war's, glaube ich, schon. Ähm, ja, ist eine ganz schöne Menge gewesen, die ich hingeschickt habe. Ähm, muss auf keinen Fall, das, was ich alles hingeschickt habe. Ich habe's nur gemacht, weil, ähm, ich halt keinen Bock hatte, wenn's jetzt ankommt und da was fehlt und ich wieder was hinschicken muss und wieder wochenlang warten und, ja, das wäre mir zu nervig gewesen und deswegen habe ich halt einfach alles hingeschickt, wo ich dachte, okay, das könnten die eventuell gebrauchen und ob's, ob die das jetzt nicht brauchen oder, oder doch, ist mir halt relativ schnuppen und sonst wegschmeißen, aber auf jeden Fall ist es halt da. Ähm, in dem Schreiben, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich entstand jetzt halt auch nicht, dass jetzt irgendwas fehlt, was, was die eventuell nicht brauchen. Ich hoffe, ich habe auch nicht vergessen, irgendwas vergessen aufzudälen, was ich hingeschickt habe. Also, ich glaube, das war alles. Ähm, ja, ich habe's dummerweise, habe ich's auch ohne Einschreiben hingeschickt zum Amtsgericht und glücklicherweise ist es angekommen. Äh, keine Ahnung, warum ich's ohne Einschreiben geschickt habe. Ich habe einfach nicht nachgedacht und das einfach abgeschickt. Ähm, sollte man auf jeden Fall machen, wenn man halt so wichtige Sachen wie irgendwelche Anträge bei der Krankenkasse oder Gericht oder überhaupt irgendwelche Anträge sollte man, glaube ich, immer per Einschreiben schicken. Ja, ich habe dann auf jeden Fall nach einer Woche nochmal angerufen. Wie gesagt, ich habe's am 25.11. abgeschickt und habe dann nach einer Woche angerufen und gefragt, ob es überhaupt angekommen ist, weil ich's halt ohne Einschreiben abgeschickt habe. Und der Herr vom Gericht sagte mir halt, dass es angekommen ist. Dafür war das auch für mich geklärt. Ich habe da jetzt nicht weiter nachgefragt, ob es bearbeitet wird oder was weiß ich. Das war mir vollkommen egal. Ich wusste halt, dass es da war. Und ja, sobald das Gericht halt Zeit hat, habe ich mir gedacht, wird es das schon bearbeiten? Und tada, es ist, äh, hat zwei Wochen gedauert. Ähm, ja, wie's jetzt weitergeht, weiß ich auch nicht genau. Ich lasse mich überraschen. Ich denke mal, dass ich dann irgendwann jetzt Post bekommen werde von den jeweiligen Gutachtern, wo dann ein Termin drinsteht, dass ich, ähm, dann halt zu den Gutachtern fahre und die das Gutachten für mich machen, damit ich halt, ja, da weiter verfahren kann. Ähm, sonst wüsste ich da jetzt erstmal nichts zu zu sagen. Auf jeden Fall, ähm, freue ich mich, dass es zwei Wochen gedauert hat und, ja, dass es auf jeden Fall läuft, alles mit der Namensänderung und, ja, mit den Veränderungen an sich und, ja, alles klar. Ähm, ich werde dann, wenn ich wieder was Neues höre von den Gutachtern irgendwie oder allgemein irgendwas Neues ansteht, euch auf dem Laufenden halten. Doei!